Weil ich der einzige Beitrag bin, HENGT! Übrigens, ab morgen ist das nächste Server Event auf Timos Server, so 3-4 Tage und ich habe dafür 12 Videos aufgenommen. Ja, schick. Ja, als Birkenhain wieder. Ich weiß nicht, ich muss tatsächlich... Musst du da morgen Abend anwesend sein oder nicht? Ja, also zumindest kurz, aber wir haben extra die ganzen Videos vorab aufgenommen, dass ich nicht den ganzen Abend da rumhänge. Ja. Deswegen haben wir 12 Videos, die dann sukzessive hochgeladen werden, also von ihm schon hochgeladen sind, dass ich da nix machen muss. Ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich... Das hat ja auch Kartenbandfahrt, das ist ja albern. Aber was sollen wir... Grenze, 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 Grenze! Ich weiß nicht, ich fand die ganze Situation bei Timos auf dem Server, wo ich ja dann den zweithöchsten im Sheriff Department spielen sollte, das war fast schon irgendwie unangenehm. Weil ich halt gar nix wusste. Das ist die Karte, die wir in der Vergangenheit prinzipiell immer verloren haben, ne? Ja. Ja, in der Tat. So belastend. Ja, und jetzt zeigen wir's denen mal. Jetzt bannen wir aber auch hinweg da richtig, die die nicht mit. Den nehmen wir. Keine Ahnung, die Gegner bannen erstmal. Wir lassen uns erstmal überraschen. Oh, den mag ich eh nicht. Der nervt wie Sau. Scheiss Shackle. Ja, dann bannen wir jetzt aber ganz klar... Wo ist denn Kavera? Oder ist das Verteidiger? Ich weiß auch nicht. Äh, 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 äh? Ja, richtig! Ja, den mag ich eh nicht. Was kann der eigentlich? Kann der was? Keine Ahnung, man. Ja, jetzt Kev. Müssen wir ja. Zeit war oben. Und dann Bandi natürlich Clash und dann ist die Sache wieder gegessen. Ja. Dann ist die eigentlich wieder verfügbar im Rack. Weiß ich nicht. Aber gut, dass du flachst. Wenn's kein Skal gibt, dann kann ich wieder umlaufen. Dieser Operator, der so reingekommen, der war... Seit der reindrin ist, ist ja häufiger draus gewesen, als das Spiel existiert. Ja, der ist aber auch dumm. Äh. Der ist halt übelst verbuggt, der Charakter, aber... Auch. Okay. An sich mag es lang greifen. Also, das ist echt kein Kompliment beim ersten Date. Was ist verbuggt? Das sieht sehr gut aus, aber der Charakter ist echt verbuggt. Oh, wir haben wieder... Wir haben wieder den richtigen Shieldy, Alter. Wir gehen so richtig taktisch und lassen uns sich irgendwoも local abknallen. Ich freu' mich. Okay, wir haben zwei, die in den pool wollen, und drei, die es egal ist. Na, was wird's? egal 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 auf obwohl es auch scheiße aber warum explodieren Ja, aber klar, dass die nur sind. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ja. Oh! Ja, gut, versuch. Ah, lasst auf. Tut du mal wichs ab. Ich glaub, die haben Smoke. Ach nee, ich steh scheiße. Sie hatten mit Ebola. Ein, drei, drei, drei. Mein Ernstfeind. Ich mag den schon. Ja, dann bin ich dein Ernstfeind. Ich töte dich zuerst. Ja, mit Monty ist das halt echt der Ernstfeind. Ach stimmt, sie hat euch auf Operator tauschen können, oder? Doch jetzt. Also Sachen gibts. Guck mal, Ali, wie aufgeteilt wir hier vorrücken. Zwei links, einer rechts und in der Mitte Kena. Sehr gut. Soll ich hier direkt rein fugen? Ja, kannst du machen. Also lasst du die Fenster ganz hier nuggelt. Okay. Du kannst hier auch noch einmal rein fugen. Hä? Oh, Alter, Schockdraht gut. Noch ein Schockdraht. Ob du da rein fugen solltest, weiß ich nicht. Das könnte tödlich enden. Nein, hier auf jeden Fall. Machst du mal aufschießen. Danke. Okay. Hallo. Kannst du dein E-Ball aber anders hinwerfen? Rüstungspaket und Zugangssperre zur Stelle. Ist da einer oder was? Ja, Legion ist auf der Treppe. Er ist ohne genug. Quasi unter euch. Naja, ich merks schon. Ja, Legion ist auf der Treppe. Legion und Bandit auf der Treppe. Da kommt ein Zivil geflogen. Naja, er hat sie verkackt. Ja, er hat sie richtig hart verkackt. Ja, sie sind beide auf der Treppe. Bei mir ist ein und ich rechts. Genau da. Ihr könntet versuchen, direkt hinter mir zu planten. Wer hat denn das Ding? Achtung, Bandit kommt jetzt links rum bei mir. Und die sieht es gerade aus. Achtung, der ist jetzt direkt links. Was heißt das? Soll ich eine Granate werfen? Das sieht aus. Aber wohin genau? Einfach mal irgendwo rein hier, dann ist das Ding entweg. Welches Ding? Dann wird da die scheiß Ebola mische. Achtung. Das war knapp. Das war knapp. Hä, wieso habe ich jetzt davon eine Kontaktgranate? Seit wann gibt es Kontaktgranaten für Angreifer? So geht es natürlich auch. Hä, warum war das jetzt eine Kontaktgranate? Hä, okay, halt. Ne, das ist Klappkant. Oh fuck. Und direkt auf der Treppe. Ja, Treppe und äh. Unter euch ist noch einer. Achtung, C4. Kommt. Ne, geht wieder. Er ist sich uneinig. Kannst du direkt hinter mir planten? Kommst du? Darf man nicht. Jetzt? Ne. So? Ne. Immer nur nicht. Jetzt nicht. Ja. Kommt, kommt. Links. Der ist schlecht. Fack. 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 Der Mann ist auf der anderen Seite noch ab. Zehn Sekunden, glaube ich. Fack. Wenn die Umgehung länger ist als der ganze Spiel. Was? Ja. Ja, da ist auch einer. Schade. Schade. Wir hätten Rauch oder so gebraucht. Ey, wir spielen mit Elpecino. Hi. Soundcool, bin ein riesen Fan. Toll, wir werden grad die Alten. Nur kurz durchs Bild gelaufen. Wer hat denn da sein Mic getroppt grad? Ich hatte ja sogar Rauch, ich vollidiot. Ja. Aber ich hatte ja Finca, ich hätte ja mal was machen können. Ja, Finca. Also ich hab meinen Charakter voll ausgenutzt. Ich hab den permanent irgendwas Sprengendes vor die Nase geholt. Und hab eine Tür damit geöffnet. Ja, das hab ich nicht gesehen. Das ist auch so gut gemacht. Gib den Löcher in die Wand, ja. Spreng. Hört aber lieber drei Tiefen. Du weißt. So, am Ende der Runde. Ich hätte ja nützlich sein können. Spass. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Ich hab einen Kill gehabt, okay? Ja, das ist korrekt. Das hab ich gesehen. Ich war live dabei, als er zufällig, als er seinen Kollegen umschießen wollte, den Gegner getroffen hatte. Oh. Oh. Henne, du kannst auf jeden Fall hier ganz gut von dir interviewen. Ja, Henne! Henne muss nicht erstmal weg! Henne ist jetzt gerade bedrohte Tierart, Alter! Oah, Premium. Halt! Schuss! Krass... Klappt das, Alter? Boah! Premium! Einsatz in fünf Wänden! Einsatz in fünf Wänden! GELANGITS sich der Bongo in den Stafelgegen... Also wir müssen noch passen! Ja, da rechnet bestimmt keiner mit! Die sind jetzt genau von meiner Nase. Ich brauch auf jeden Fall übel Support jetzt. Also mindestens acht Mann, die mich decken. Der Rest kann ja stürmen. So, also ich geh da jetzt hoch. Wenn ich gleich abgeknallt werde, dann... Ach nö, die haben das hier geändert. Ähm. Wer deckt mich? Nee, ist der Kampfer von. Oh? Sehr gut rein, 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 rein. Hä, was für ein Scan? Da ist die Kamera. Wo? Achso. Sehr gut, wir sind über ihnen. Ich hab ne Granate. Ja, da ist... Ach, da kommt einer. Woll ich dich hochheben? Wo? Hä, wo ist der hin? Oh, fuck! Der sitzt ja immer noch da. Oh! Alter, wie kann man denn aus dem Winkel schießen? Achtung, Ziel 4! Oh, wer hat sich scheiß Ranked Idee? Pfff! Keine Ahnung. Huren Söhne! Nein, zum Glück mal er heute nicht verlassen. Was ist der denn? Zwei noch. Klasse! Jäger down? Nein, der ist da noch. Ja, ich... Oh fuck, ich hab ihn gedowned. Egal, Jäger ist gedowned links. Ah, fuck! Hat nicht viel viel. Einer vom eigenen HUB verbleibt. Da sind zwei Leute noch drin. Als ob den nicht getroffen hat grad. Ich glaub, die haben mehr geblieben. Ich glaub, die haben mehr geblieben. Pfff! Scheiße! Der Schaffer wurde zurückgeholt. Ja. Können wir da die Zeit haben? Können wir da die Zeit haben? Können wir da wieder gehen? Woll grad sagen. Was? Wisch. Oh lol. Du hast den Ent-Mann noch malen gelassen. Ey, dieser... Hä? Es ist nur dieser Quantum-Typ. Der macht ja alles alleine. Ja, der war auch so, dass du mal den mich getötet. Als ob der... Also, wie war der wieder full live? Ja, weiß ich nicht. Der ist halt unsterblich und cheatet. Das ist möglich, ja. Ja, schade, dass wir ihn melden müssen. Borensohn. Irgendwann mach ich auch mal einen Kill mit Kali. Ah, ich hab einen gemacht. Alles just. Wenn ich die meisten Kills hab, so läuft irgendwas schief. Ja, dann spielen wir Offense und ich schneib wieder sinnlos rum. Ich hab meine Assists, das reicht mir. Vielleicht solltest du... Vielleicht solltest du sinnvoll schneiden. Wenn ich mit Monty die meisten Punkte hat, dann ist irgendwas falsch. Woher hast du die ganzen Punkte? Ich bin Monty und ich war auch dabei. Ja, weil er im Weg stand einfach. Aus beiden Richtungen. Er stand einfach aus beiden Richtungen im Weg. Und dann hat er sich die Punkte für im Weg stehen gekriegt. Kugeln, die von hinten einschlagen, zählen für ihn hoch. Ne, ich hab den... Nur im Weg gestanden bist du... Ach, Assists. Also wie gesagt, man kann auch seinen Operator noch wechseln, ne? Ja, mit 7. Was ist das? Was? Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich glaub drei Sekunden vorher. Hey, welche Kontrollertaste ist das? Keine Ahnung. Ja, komm. Wir sind hier oben im... Ach, ne, nicht hier, egal. Wir fahren einfach durch, dann seht ihr es. Bandit. Blended. Wonderful. Ich bleib am, glaub ich, am Mund. Hier haben wir einen Heartbreacher. Ah, okay. Immer dieser englischen Fragen. Einsatz sind fünf Sekunden. Um den sie herzen zu brechen. That's the me. Ach, ich hab's nicht mehr wechseln. Ich wollte eigentlich grad ein Heartbreacher uns tun, ne? Egal. Du kannst auf jeden Fall oben aufs Dach und direkt dort nebendran quasi in die Toilette reinfusen. Na ja. Das... I like to fuse it, fuse it. Wär schon mal ein spannender Ansatz. Und die Kameras? Ich würd ganz gerne über die Tür... über die Haupttreppe gehen, wenn jemand mitkommt. Ja, wer soll dich auch heißen? Tschüss. Da ist der Gegner hinterliegen. Aha, jetzt geht er wieder auf die Gegner los. Links Henne. Da. Genau. Da. Ja. Wenn du ihn durchbruchst, mach Bescheid nicht. Schreib ein bisschen wegen dem Roman aufpassen. Schreib ein bisschen wegen dem Roman aufpassen. Ich mach das mal auf. Oh, von hinten. Von hinten. Von hinten. Du scheiß Bandit. Ist der gelockt? War da. Hi. Der muss den, glaub ich, kaputt geschossen. Der vier ist einer. Richtig aggressiv auch. Also... Ich hasse diesen Wichser jetzt schon. Ich hab ein paar Leute verfolgt, aber... die da beteiligt waren. Die haben gesagt, alle richtig Akku. Also würde auch nicht... Alter, der nutzt halt einfach jeden Glitch außerdem. Seit wann bewegt sich Monty überhaupt, wenn der geschlagen wird? Der hat ein fucking 50 Kilo Schwer... Schild. Ein Stück hoch ist das gleich noch eine. No. Der ist nur links. Was? Okay. ㅋ Links von der Bombe. Hein. Fach, fick dich doch! Das ist ein richtig kleiner Pisser, ne? Hmhm. Die, 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 die... rausweist er sich der Hälfte oder ein zwei Räume weiter tötet seine Oma was Pfff Bastard Jaach komm Wollt ihr mich verarschen? Nein, jetzt hat er die Schön Wo? Also einer sitzt da aber ich kann nicht da Genau Liegt immer noch genau da 15 Sekunden übrig Hm Alter dieser Quantum Hurensohn Ja Ja Das ist aber auch ein ekelhafter Winkel Das aber Ja Den ihre Gesichter haben ekelhafter Winkel Das sowieso Was, da waren schon drei Runden? Tja Das ging so schnell Ne eigentlich hat es sich ziemlich gezogen In der Mitte Keine Ahnung wo wir hingehen sollen Ich bin nix gut Ja Ich glaub das läuft jetzt anders um genauso Also von daher bin ich da ganz entspannt Ich schmeiß Guß in alle Richtungen Wo immer die 20 Punkte pro Tschisch ab und geh wieder Sehr gut Ich frag mich tatsächlich ernsthaft Warum man Wenn man Rank machen muss sich mit solchen Gegnern rumplagen muss anstatt unten anzufangen Das ist eigentlich völlig unlogisch Ne Wir müssen erstmal gegen die schwersten im Ranking damit wir uns runter einordnen lassen dürfen Das ist wie beim Turnier Der letzte Weltmeister spielt immer gegen den Letztplatzierten Weil wenn der Weltmeister dann verliert dann kann man sich das schenken So ist es doch im Fußball Aber du könnt dich auch Genau so ist es nicht anders Was ist das? Wir liegen Westen West Westen im Osten im Süden im Norden Schnappt sie euch alle Ihr müsst hier die Schorten Die Gegner haben eine Bombe entdeckt Zum Angriff bereit machen Buck ist bereit Jetzt können wir kommen Torendrohne Schalten eingesetzt Ich rede ja nicht mit so einer Drohne Ich rede ja nicht mit so einer Drohne Der Herr wäre ja nicht der Tricks für so ein Gespräch Es bleiben noch 10 Sekunden Genau ins Schwarze Irgendwo ist es kennt hier eine Bohne Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Irgendwo hier wird was gescannt Ich mach jetzt Roaming Komm von der Ruine So nennt man das doch Wenn mal wie ich taktisch hier rumläuft Ich roame jetzt Roaming aber ja Starten Roaming Das ist das was keine Gebühren mehr in der EU gibt Naja das rumlaufen Ok Haupteingangssteher Wieso Lade nach Naja das Naja das ist Naja das ist Iris Mom Willst du mich verarschen? Ja wahrscheinlich Was stimmt denn bei dem nicht? kann man dann tun ist klar kann man irgendwie durchschießen oder kann jemand irgendwie mich bist wie die lage oder sowas der jemand adrenalin ballern kann einfach ein gnadenstoß dann schuss durch die tür gibt man ein bisschen lage drin was ist beim fenster oben hin einer tür weiß ich nicht genau was zur helle was zur helle von der treppe ja aber jetzt habe ich den anderen nicht mehr gesehen da der mich gefilmt hat klar er ist noch tiebecken kann man den noch häufiger melden wegen 5000 anderen sachen ich weiß nicht mal wo das ding ist jetzt ja es ist als für ein arsch gegen solche leute ist es macht halt echt kein spaß wie will man denn jemals in das rank kommen wenn man zehnmal so eine scheiße durchmachen muss das ist völlig demotivierend ich hab mal geblockt ich glaube dann werden wir auf jeden fall nicht noch mal ins spiel geschmissen als ob das silber war das war kein silber ja also wir gehen jetzt auf die liste alle spieler jetzt und blocken alle außer uns fünf ja der holz fünf oder so er ist die frage wie weit runter geht das denn wenn das silber war da brauchst du mir das sicher geben wir machen das jetzt so lange bis wir irgendwas neues und wir nur noch holz spieler haben gegen die wir spielen können ja das ist die frage ob die nächsten jetzt schlechter werden irgendwo eine hinterlegte liste wo man einfach alle blocken kann außer außer die nicht top 1000 dass wir uns da irgendwo einreihen systematisch so und wo wir wissen jetzt wie viele spiele wir noch brauchen zehn also pro zehn braucht man insgesamt also brauchen wir jetzt noch neun ja wir haben das schon mal irgendwann derzeit gemacht aus wurde zurückgesetzt oder was ja das wird jeden monat zurückgesetzt krass okay da kannst du das mit dem rank vergessen das ist doch viel spiel ne ich dachte das ist saisonmäßig ich dachte auch ne also wenn ich das jeden monat so ich weiß wird das jeden monat zurückgesetzt ich weiß eben warst du dir doch ziemlich sicher ich weiß ich guck mal ganz klar ich würde keinen sinn ergeben jeden monat das wäre echt sinnlos ja also ganz ehrlich das spiel ich über Schotten und Karmas rank ne ich mein bei Rocket League werden die Saison ja auch immer wieder zurückgesetzt aber wenn du dich dann wieder einbringst machst du das da wo du vorher auch warst ungefähr also